Hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil Zero. Ja, meine Lieben, ich grüße euch und ja, wir haben jetzt, ähm... Es geht auch hier mal wieder weiter, wie mit vielen anderen Let's Plays ja auch mittlerweile. Und, oh mein Gott, ey. Oha. So, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier runterkommen. Genau, denke ich, geh mal runter. Ähm, da müssen wir mit den Fahrstuhlen hoch, also mit den Fahrstuhlen müssen wir hoch, weil... Weil, jetzt kommt das Nette rein, wir jetzt, glaub ich, dort irgendwo weiterkommen. Wir haben in der letzten Folge ja den Tyrant plattgemacht und... Ja, ich hab mich soweit als nur wieder sortiert. Vielleicht können wir hier mit Darlene-Mazzo-Hallstuhl fahren gehen. Genau, der Fahrstuhl war's. Mensch, man glaubt's kaum. Man glaubt's kaum. Ich hab' was bei Ebene 2 rauskommt. Also, wo wir bei Ebene 2 rauskommen. Ich hab' so ne ungefähre Ahnung, wo wir sein werden. Gleich richtig! Ich, ähm... Ich muss noch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was der Vergangenheitsarchiv noch so im Kopf hatte. Ich weiß nur, dass wir ordentlich Schuss haben. Ausrüsten. Und dann gucken wir mal. Ja, also, ich sag' mal so, wir fangen ja jetzt nicht weit von vorne an. Also, mehr, als dass der uns jetzt anspringt und wir halt dann sterben, mehr kann jetzt eigentlich nicht passieren. Ähm... Das war jetzt dämlich! Scheiße! Sofort... Ach, nein! Resident Evil Zero! Auf jeden Fall sind wir jetzt, ähm, schon tot. Ist also One-Shot-Ding. Mensch, das ist ja jetzt hier quasi die Königsdisziplin! Definitiv muss ich noch viele Folgen aufnehmen. Also, ich habe heute hier schon fleißig aufgenommen. Ich habe, ähm, Witch Hunt jetzt abgeschlossen. Ähm, ich habe Wolfenstein gerade abgeschlossen. Und jetzt mache ich gerade, ähm, Resident Evil Zero. Ich werde aber nochmal mit Assassin... Ich werde aber auch noch eine Session in Assassin's Creed und The Evil Rhythm in 2 machen. Ähm... Das Problem ist einfach... Na... Das legen wir im Fahrstuhl ab. Ist egal. Das legen wir im Fahrstuhl ab. Was das eigentlich sehr scheiße macht, ist eigentlich, dass, ähm... Ja... Wir verdammt viel Leben verloren haben. Ich glaube, das kam durch den Kampf mit dem Tyrant, glaube ich. Ja... Ist eigentlich das Ganze nicht gerade wirklich besser. Aber naja... Weil war das hier jeweils einfach? Ich wünsch dir nur... Ich wünsch dir, wir hätten auch so ein bisschen leben. Das wäre eine schöne Sache, aber... Ich glaube, die Hoffnung können wir begraben. Okay, gut. Wir probieren es mal. Ähm... Erstmal lassen wir... Ablegen, ja. So. Und dann gehen wir runter. Wir wählen eben eine Tür. Guck mal, was ist doch passiert. Irgendwo muss es doch noch leben. Frag ich mich. Also muss es ja. Ich weiß nicht mal, wo es da lang geht. Also... ne... Oh... Ernsthaft? Munition... Piste... Okay, alles gut. Kann man ja gebrauchen. Will ich ja gar nicht sagen. Aber ein bisschen Heilung... Leute... Von heute... Bitte... Stromzufuhr für den... Dammbereich... Dammbereich... Ich habe die Bewerber mit der Bewerber mit dem Bewerber mit dem Bewerber mit dem Bewerber. Das muss er irgendwie hinkriegen, Moment! Das Rätsel kriegen wir auch gelöst. Ah, Mann! Ja, super! Super! Ja, komm! Was so lustig war... Verdammt! Mann! Ähm... Es kann auch sein, dass andere eher auf die Lösung kommen als ich jetzt. Huch! Ähm... Das war jetzt gar nicht mal so dämlich! Also, vielleicht finde ich es ja durch reinen Zufall. Okay. Man, das ist so... Okay. Okay. Ah, das läuft ja wieder auf sowas hinaus. Genau. Nimm ich auf die beiden. Hä? Da gibt's irgendeinen barbrechenden Logikfehler, den ich bestimmt gerade nicht checke. Und der ist dann wieder hier irgendwo, weißt du? Ja, es ist so... Ja, okay, gut. Befasse ich mich erstmal nicht mit. Aber ich werde mich damit befassen müssen. Wahrscheinlich noch heute. Oh, Mann! Das verspricht richtig lustig zu werden. Heißt... Hier, ab in den Paarstuhl. Ab in den Paarstuhl. Ja, okay. Versuchen wir's jetzt mal mit Ebene 3. Irgendwann muss es doch noch Leben geben. Die können wir nicht erzählen, dass es da kein Leben gibt. Das könnte mich nicht erzählen. Das ist nämlich das Ding. Ach, hier brauche ich nichts zu suchen. Alles klar. Diese Bereiche haben sie schon. Ja, B4. Hier brauchen sie nichts zu suchen. Alles klar. Alles klar. Natürlich. Hier brauchen sie nichts zu suchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wer würde mir damit schon einen Vorwurf machen? Ich sehe nur Probleme, wir sitzen Und auf das weitere vorgehen Weil das wird schon echt problematisch, halt die Rätsel zu lösen Heb den Banzinkanest auf Ja, mitnehmen So, dann kombinieren wir drei leere Flaschen Und dann haben wir Sechs Mollys Hä, ist doch so gut Finde ich jetzt, ne? Wir sollten nur eine Gelegenheit haben, sie gleich zu werfen Ansonsten haben wir gleich echt ein Problem Halt, ich würde das nicht nochmal machen So, ich würde mich nicht mal da starten Wenn wir da schon eine Möglichkeit haben zu speichern Dann machen wir das jetzt auch so Leben wäre echt eine geile Sache Muss ich immer noch sagen Ne, wenn wir Leben hätten Oha Komm, alle guten Dinge sind drei Und dann bleibt wieder der Scheiß, weißt du? Ach was Ach was Das finde ich jetzt wieder so beschissen, ne? Dass man wieder hier nichts Ja, dann Das ist ja das untere, was wieder nicht läuft Habe ich dir überhaupt einen Logikfehler? Kann Es mag sein, dass ich jetzt hier Logisch nicht gerade der Hälfte bin Das kriegen andere bestimmt besser Oder raufen sich gerade die Haare Die ich hier so abscheißen kann, ne? Das meine ich Diese Punkte bleiben dann aus Also, was ist War das jetzt einer zu viel? Oder? Nochmal Ach, das war doch schon mal ganz gut Ich frag mich nur 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 noch nicht Ich war nah dran Ja Hä? Geil Geil Nice Nice Oha Das hab ich jetzt richtig Anscheinend wohl die Stromversorgung Wiederhergestellt Nice Geiler Scheiß hier, ey Wow Na, darauf erstmal, ne? Meine Speicherpartie, ne? Muss sofort gespeichert werden Dann Geil Teich Sein Entschaut Wir Geil Die Die Ens Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017